Hallo Diri! Jetzt gibt es eine neue Estronio Folge am Mittwoch vom Livestream. Tja, ich habe es so zurück gefunden. Aber gibt es euch doch die so jetzt Leute? Oh ne, ist das so schwierig oder was? Einfach mal schauen, dass das nicht passiert. Irgendwie immer... Warum versiegt der immer weiter? Hallo, geh mal runter. Das ist echt was, was mich aufregt. Okay. Okay. So, da werden wir jetzt mal wiederholen. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Geschichtsstunde machen. Okay, wir haben schon wieder drei viele Dinge da. Und die sind nämlich, von wo aus? Und zwar, die haben von der vorigen Aufnahme, die ich vorher gemacht habe, wo ich vergessen habe, dass ich... Äh, Ding. Dass ich mal einfach... Wo habe ich die Dinge nicht tun? Äh, da haben sie. Ähm... Wo ich vergessen habe, dass ich äh, Bildschirmwechsel mache beim Streamen. Und durch das... Haben wir jetzt... Gar nichts gehabt. Den wir... Diesmal hier hin. Und da haben wir noch keine große Batterie haben. So, da hat's... Und jetzt... Habe ich die glorreiche Idee gehabt. Weil ich das eigentlich morgen erst machen wollte. Das machen wir jetzt einfach gleich. Wir fahren jetzt mal in diese Richtung. Und schauen wir, was wir finden. Vielleicht fügt man auch hier unsere... Äh... Schöne... Ach, wie kann man... Hört das? Muss ich mal kurz ausstrengen. Dies müssen wir hier. Nicht das? Ist das so schwierig, dass wir das hier hin tun, oder was? Äh... Das tun wir auch hier hin. So. Dankeschön. Geht das ja doch mal so, wie ich das möchte. So, und jetzt fahren wir da hinten hin. Und jetzt sehen wir das, was ich da wollte. Was sehe ich denn da schon wieder? Hey, hey, hey. Seht ihr schon wieder Sachen? Hä? Was ist da? Ich denke, das war... Hä? Ich denke, das ist ganz woanders gewesen. Da war dies also interessant. Das war natürlich sehr interessant. Das hätte ich jetzt nicht denken können. Jetzt fahren wir jetzt mal hier hin. Hm. Das ist jetzt schon interessant irgendwie, weil ich das hätte jetzt nicht erwartet. Aber okay. So. Hö, hö. Da kommen wir direkt so in dieses Drecksland da. Wahrscheinlich hätte ich einfach bloß links fahren müssen. Wie Idiote. Das sehen wir jetzt gleich. Fangen wir jetzt mal einfach so ein bisschen in die Richtung. Da ist schon wieder so ein Teil. Warte mal. Ist das... Ne. Das kann sogar das sein, das was ich da gesehen habe, gell. Oh man. Äh. Das ist aber nur abgefuckt. Ausgehört wie das andere gerade, gell. Da hinten hat sie gut nach Ding ausschauen. Okay. Da ist jetzt nicht das da, wo wir gestorben waren auf alle Fälle. Wir fangen jetzt auch mal in die Richtung weiter. Vielleicht wird man es ja noch. Weil ich bin ja dumm, es hat dann einfach das ganze... Auch das Blaue jetzt so gefahren und habe dann nichts mehr gefunden. Wo wir die anderen zwei Rover verloren haben. Aber die müssen dann im Prinzip da noch stehen, oder nicht? Und jetzt... Da bin ich glaube ich eigentlich schon an das, das war. Okay. So. Ich kann es schon. Ich sehe dir einen Exencode. Warum die Exencode hast du nicht ab? Was ist schon wiederaufnahme? Oder ich will nicht ausnahme. Was ist das denn? Westerbeginn. in die richtung so gerade weiter. wir müssen im prinzip ja bloß den weg den wir uns gebaut haben. hallo? was? die steuerung ist so für den arsch. hallo? da fuhr einfach irgendwo hin. das ist so nervig einfach. so, so wollte ich fahren. oder bin ich gefahren, habe ich gesagt. bis mich die spei einfach nicht mehr gelassen hat. ja, wie immer. zurzeit haben wir kein klick. ähm, mein gott. kommst du uns für den klonen, hast du noch nicht drüber. du möchtest mich das verarschen, oder? genau, das habe ich mir nämlich gedacht. ja, aber ein bissel kommen wir schon noch vor. bis wir mal schauen müssen da. jetzt fahren wir einfach mal ein bissel weiter da. jetzt fahren wir einfach mal wieder. Es ist sowieso gut wurscht Es ist sowieso gut wurscht Da schaut es ja echt gut aus nach dem wo ich es gesucht habe So, schauen wir jetzt ein bisschen Es kann schon da sein Jetzt wollen wir einfach mal weiter Es ist sowieso nicht rum Vielleicht haben wir gleich keinen Wind mehr Oder ist jetzt egal Jetzt wollen wir einfach mal in die Richtung Jetzt wollen wir mal in die Richtung Das ist dann rechts um mich Auf das das ich erhoff Das da Ding ist Das da zerklüftete Terle Also Ding Mehr schneisen in der Umgebung So muss ich gleich so War ja nicht so schwierig gell Ich sag ja bloß den Punkt Der Punkt Wo wir uns mal selber weitergefahren haben Es hat mal eins an den Punkt gekommen Wo ich unseren ganzen Weg drüber war Aber den werde ich wahrscheinlich nicht finden So wie ich mich kann Hm In die Richtung Trinkgrün Also die Richtung So. Das ist etwas, was mich aufregt. Ah, die scheiß Stöhne hat da drüber drüber rumliegen. Das ist wirklich mehr Last als wie Ding. Also wie angenehm. Inzwischen weiß ich ob ich ihn wieder zurückfinden würde. Wenn ich mich verirren würde, habe ich es dann schon so ein bisschen ausprobiert. Es hat glücklicherweise dann geklappt, so wie es gemacht hat. Oh, heißt das nicht, dass es immer hier hat. Oh, da schaut es irgendwie gut aus in die Richtung. Vielleicht ist er da irgendwo mehr hinten an der Weg. Nein, doch nicht. Doch nicht so gut ausschauen. Hm. Ich würde einfach gerne Ding finden, ne? Ich weiß nicht, ob die Ding auch mal an müssten die ja schon noch da sein. Ja doch, ich finde, die speichert sich immer ab, die Dinger. Hm. Boah, die Stöhne, die Bremsen waren so aus irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Boah, die Stöhne da war. Ich weiß nicht, ob sie da sind. Aber das war ja auch nicht. Aber ja, ich kann heute von Konkseiden. Und du denkst immer so, oh ja, gehe blau und dann, oh, helle Blau. Aber du weißt ja, helle Blau wieder. Das schaut doch komischweise gut aus. So ungefähr hat das da ausgeschaut, als wenn du zu fett die Schneisen. Da wo halt einfach ziemlich Platz zwischen, als wenn ich äh, Material zwischen Höhle und Oberfläche ist. Ich habe eine Brustru. Das ist jetzt kein Problem. Ja. Was ist denn da, das ist der Stuhl? Okay. Jetzt haben wir wieder ein bisschen stehen bleiben. Ein bisschen warten. Also da ist wieder so fette Schneisen. Fangen wir jetzt mal in die Richtung. Das Problem ist einfach, dass die Planeten auch nicht einfach so riesig sind. Man kann nicht einfach so sagen, ja, da sind wir abgefahren. Das ist das Problem. Wenn ich jetzt von der Base ausfahne, da wo wir sie erst gefunden haben, dann werde ich wahrscheinlich später hinfinden. Vielleicht ziehe ich die selber mal da. Ich würde einfach gerne mal so finden, ohne Ding. Aber ich würde unbedingt wieder komplett das gleiche noch nicht anfangen. Ich würde einfach gerne so schaffen, als ich es finde. Jetzt schauen wir mal da weiter. Da müssen wir sowieso hin. Das ist ganz interessant, gell. Weil eigentlich keinen Strom braucht, solange die Sonne da ist. Und wenn du dann wieder mal ein bisschen windest, dann ratte ich sie auf. Hat mich da wirklich abgedrückt, obwohl ich da Pugen unter die Füße kam. Sein Arsch. Hm. So. Schauen wir mal. Ne, das ist dann entgegen vor. Da müsste man eigentlich so wieder hinkommen. Also entgegen, also auf der anderen Seite wieder hinkommen. Oh, bitte schon. Oder ist es vielleicht da, wo wir rechts aussieht vorne? Ich glaube, das ist da, wo wir... Okay, wir machen das erste Mal. Oder? 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 Sing mal nicht mehr. Ah, fuck. Kann du mir denn... Nein, Gott. Ach, du sag mal nicht mehr. Bist du... Okay. Oh je, jetzt rupf jetzt wieder, sorry Leute. Dann wieder auf der einen. Und dann wieder. Ich weiß nicht, wie das. Göttuch. Jawohl, so jetzert. Ist natürlich wieder Topmusik da auf dem Spei, wie immer halt, wenn man es braucht hat, wenn man Lust auf Musik hat, aber nein, das Spei ist immer irgendwie, ich weiß nicht, das haben sie noch nicht so wirklich raus mit der Musik, wie sie das einstellen anscheinend. So, natürlich, da vorne kommt der Sturm, direkt da, wo ich hier vorne weg, dass ich wieder nirgends hin kann. Und natürlich sehe ich ja von da aus schon nichts mehr. Weil leider kommt der Sturm mal direkt auf mich zu, wie immer halt. Oder? Obwohl, jeder kommt vor allem mal auf mich zu. Ich folge mir vorbei, ausnahmsweise mal. Boah, das ist schon echt schlimm, so zum Fohlen. Du musst mich zu forschen, aber... Und jetzt stolt ich es, wie immer. Das ist der Fingerpropa. So... Das war's für heute. ich glaube ich keine ahnung wo wir dort alles rumgefahren haben dass das so so, ich gebe mir ein bisschen gummi ich muss hier natürlich bleiben So, ich bin schon wieder auf dem anderen und dann auch noch ein paar Ich habe das Ich habe das Ich habe das mit Qualmware Ich habe das nicht Ich habe das nicht Ich habe das nicht Ich habe das nicht So Ich weiß noch, vor ein paar Jahren ist es irgendwie mal so, weil das Spey ist ja kein Pixelspey, sondern ein Wachselspey. Das hat ja kein Pixel, sondern ein Wachsel. Und ein Wachsel kannst du ja seitlich und so bewegen. Und ein Wachsel ist irgendwie ein Ecken aus wie ein Pixel. Pixel ist aber so ein Fakiges Ding. Was ist die Homebase? Aber da kann ich nicht mehr sagen. Der Rover, ich glaube. Aber dann hätte ich mich schon lange gefunden. Ja, da haben wir jetzt Zeit. Ich weiß schon. Ich bin schon viel zu lange auf der Sohle nach. Das ist eine Scheißrohr, weil es mir aufgefallen ist. Wahrscheinlich dann, wenn ich ihn mehr oder weniger finden würde. Und da wieder dort bin. Aber jetzt kann ich noch mal da sein, weil dann irgendwo OCD spawned ist. Aber ich weiß es ja gar nicht. Aber ich glaube, das gefährdet er und so nicht spawnen. So, jetzt können wir jetzt kommen. Ich möchte jetzt wieder 4. So. 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 Und das Wachsel ist gleich. So. 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 So, so. Nachdem ich die andere Folge erstmal fett verkackt habe und bloß auch ein Beitlauf genommen habe vom Ding, vom Stream, aber passt schon. Dafür haben wir jetzt ein bisschen was sinnvolleres gemacht, als wie vorher. So, also. Ich tue jetzt ein und sage Tschau. Also. Auf Wiedersehen. Schön, dass du da warst, dass du einen Like da lassen kannst und falls du noch nicht abonniert habt, abonniert's. Auf Wiedersehen.